Es ist eine Menge passiert, eine Menge Scheiße. Boah, wenn ich jetzt wieder von dort starten, ja okay. Ich kann mir nur etwas... Was dämliches. Alter, ich kurz gleich im Strahlen! Und die vorbeilaufen. So eine behinderte Mission! Mit einem blöden Scheiß-Schneestuhl. Aber wenn nicht wahr sein, oder? Was? Ja, ja! Ja, 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 ja! Und dann, wenn ich irgendwo an die Scheiß-Schulter getroffen werde, dann habe ich nur noch rotes Blut vor Augen, dass ich gar nichts mehr sehen kann, oder was? Diese blöde Anzeige! Diese an***zene verd***te O***-Anzeige! Und der ganze Bildschirm rot, wenn ich getroffen werde. Schau, was? Was, wo? Lauf, weiter! Scheiße! Du bist so scheiße! Ja, wie geht der hell, Leute, und wohin ist das alles weiß? Ich mitten an einem scheiß Schneesturm stehe! Du stehst irgendwo herum und tust Scharfschützenkacke machen, Leute! Oh hell, Leute! Lauf nach! So was für f***es, freck's, geschissenes! Wo, 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 wo? Ah! Oh Gott sei Dank! Alter, endlich! Boah, du stehst da herum vor der Scheiß-Tür-Wichser und schaust blöd! Ich kann da im Schneesturm Krieg spielen! Das gibt's doch gar nicht! Ja, aber du bist mein Held, du hast jetzt raufen mit ihm, anstatt dass du ihn einfach abknallst! Wir gehen doch einfach um! Idiot! Was ist der jetzt? Du bist der, so mit der ACS-Modio! Was ist das? Was ist das? Was soll ich da machen? Worum es geht, hätte ich gern gewusst! Hups! So, was jetzt? Du Held, du mega Intelligenter! Hup! 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 Wuset ich abknallen oder nicht? Nicht mit mir! Mach! 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 Maaah! 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 Huah! Sind da drei Schuss drin, oder was? Ja! Das ist aber gleich vorbei, oder? Wo denn? Der Pfeil ist immer da, dann verschwindet er wieder, bitte! Ist das echt euer Eingang? Der Ernst, hey? Dein Ernst jetzt? Was? Wo soll ich was tun, hey? Ich steh da, wo ich hin soll! Und was ist da? Außer Boden, alter? Das kann ja nicht wahr sein! So ein dämliches, behindertes Spiel, alter! Was ist da? Was ist hier? Hallo, ich steh hier, was ist da? Ist das euer Ernst? Dann hab ich die Schattenseiten dieses Spiels kennengelernt! Warum soll ich da hinlaufen? Da ist nichts! Alter, macht's an Spaß, alter! Ja, nein, ich renne da jetzt sicher nicht noch einmal hin! Du Volltrautel auf mein Schädel! Äh... Was soll ich denn machen dort? Da ist kein Mick! Und wenn ich hinrenne, passiert nichts! Checkst du das nicht? Du Sch***stück, Alter! Ist doch das zu hoch, Alter! Ja, da bin ich jetzt! Und was mache ich jetzt da? Ich knall dich ab, du Stückscheiße, hm? So toll findest, dass ich dauernd sterben muss wegen deiner Dummheit! Renn einfach schneller, bitte! Renn! Renn! Lauf, Faust! Lauf! Hör nicht! Auf zum... Rrrr! Renn weiter! Renn! Jetzt ist ja wieder da drüben der Pfeil! Und das wird sich entscheiden, geht das? Renn! Er rennt hin und her! Was, mein... Der rennt links, rechts, links, rechts... Shake it to the left, shake it to the right, sch*** Ich weiß nicht, macht euch das Spaß? Ich tu mehr nachladen als schießen mit dem Scheiß, das kann ja nicht sein. Entschuldigung. Ja welches? Du bevor ich... Ich schwöre, Alter. Ich schwöre... Ich schwöre... Eure Lenke, du A**! Fitnessstück Scheiße, du Uneidiges! Das gibt's doch nicht, oder? Was ist eigentlich los, Alter? Was ist denn los mit dir? Was hat sich deine Mutter dabei gedacht, wie sie sich zeugt hat? Du immerige Stück Scheiße! Ja, in die Richtung soll ich fahren, oder was? Da ist nix! Wie soll das, wie soll das jemals was werden? Alter, ich seh nichts! Es ist alles weiß! Kann man so eine behinderte Mission machen, Alter? Wo man... Schaah! Alter, mach jetzt was! Mach! Mäaam! Mäaam! Alter, ist das dein blöder Arsch Ernst jetzt, oder was? Schau, das war's, Alter, fahr! Wo soll ich hinlenken, wenn das ganze Bild weiß ist, Alter? Nein, ich fahr da jetzt nicht nach, fick dich, ich fahr da jetzt dort irgendwo hin, Alter. Was ist das? Egal, ich... Just come on, come on, Alter. Ist so das? Nicht jetzt? Nicht jetzt, Alter? Ja. Gehst du dir in die andere Richtung, oder was? Ist das dein Ernst, hey? Der Scheiß zeigt alle drei Sekunden in eine andere Richtung. Entscheidet euch einmal, wo ich hin soll erst. Was ist denn heute? Ich bleib stehen und wart, bis ich entschieden hab. Nämlich sch**, ich b****. Kann sein. So Leute, das war's dann auch schon wieder. Geil, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir immer mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr Bock habt, lasst einfach ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut doch mal auf der neuen iMac Website vorbei. Dort findet ihr neben dem iMac Blog auch noch viel anderes, mehr oder weniger interessantes Zeug. Hier in der Endcard gibt es noch ein paar Links zu anderen Videos von mir. Zu Musik, Gaming und dem ganzen anderen Kram, den ich eben so mache. Ich wünsche euch für immer noch einen schönen Tag. Euer iMac